Musik Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe der seiner Reihe Friedensfragen mit Clemens Ronnefeld. Mein heutiger Gast ist Ute Fink-Krämer. Sie ist Beraterin in der Initiative Neue Entspannungspolitik Jetzt, über die wir heute schwerpunktmäßig sprechen möchten. Sie war Bundestagsabgeordnete von 2013 bis 2017. Schön, dass du gekommen bist. Ja, danke für die Einladung. Also, mitten hinein unser Thema Neue Entspannungspolitik Jetzt. Ich möchte aufrufen, unsere erste Folie. Im Jahre 2016 ging die Homepage an den Start der Initiative Neue Entspannungspolitik Jetzt mit diesem Aufruf. Die Spirale der Gewalt beenden für eine neue Friedens- und Entspannungspolitik Jetzt. Immer mehr setzen die NATO und Russland auf Abschreckung durch Aufrüstung und Drohungen gegeneinander statt auf gemeinsame Sicherheit durch vertrauens- und sicherheitsbildende Maßnahmen, Rüstungskontrolle und Abrüstung. Fett gedruckt war, der Ausweg aus der Sackgasse der Konfrontation führt auch heute nur über Kooperation durch Verständigung mit vermeintlichen Feindländern. Und heute ist eine breite gesellschaftliche und parteiübergreifende Debatte über Entspannungspolitik notwendiger denn je, um zu helfen, die Konfrontation in Europa zu beenden und die europäischen Krisen zu bewältigen und mit Nutzen für die ganze Welt eine Zone gesamteuropäischer Sicherheit, gemeinsamer Sicherheit, durch Zusammenarbeit aller Staaten von Vancouver bis Vladivostok durchzusetzen. Meine Frage, wie kam es zu dieser Initiative und warum gerade 2016? Also die Initiative hatte eigentlich schon begonnen 2014-15 mit einem sehr viel sperrigeren Aufruf. und der Anlass war natürlich... War das der Berliner Appell? Ja, das hieß zunächst Berliner Appell und Anlass war natürlich der Konflikt zunächst um die Krim, dann in der Ostukraine, der dort zum veritablen Bürgerkrieg wurde mit ausländischer Einmischung von Russland, durch Waffenlieferungen, durch russische Kämpfer. und die Art und Weise, wie auch politisch dann eben die Eskalation spürbar wurde. Es gab ja neben den guten und wichtigen und richtigen Initiativen, Verhandlungen in Minsk, ganz viele Bemühungen der Schweizer OSZE-Ratspräsidentschaft 2014, Bemühungen von Pendel-Diplomatie, dann Entwicklung des Normandie-Formats. Das war die eine Seite, die diplomatische Seite, die deeskalierende Seite, aber es gab eben auch den Abbruch von bestimmten Gesprächsformaten, NATO, Russland, Rat, die Versuche einiger Staaten, eben mit Waffenlieferungen in den Konflikt einzugreifen oder mit Ausbildungen ukrainischer Soldaten. Und in der Situation haben eben Leute, die, ja, von Egon Bahr, der ja erst… Wie wichtig war Egon Bahr? Der war wichtig in der Vorentwicklung. Der hatte 2014, wo er ja noch lebte, gesagt, hier braucht man nicht weniger Diplomatie, hier braucht man mehr Diplomatie, alle Dialogkanäle nutzen, keinen verstopfen. Und insofern war er Pate von dieser Initiative, auch wenn er dann sehr plötzlich gestorben ist. Er hatte wohl davor noch eine Moskau-Reise gemacht, wie mir einer der Initiatoren, Wolfgang Biermann, diese Woche noch sagte. Was war da in Moskau Anlass seiner Reise? Naja, dass er versucht hat, seine alten Kanäle noch mal zu nutzen und auf der russischen Seite zu, eben, ja, zu einer Rückbesinnung auf die Grundideen der Entspannungspolitik, dass man nämlich, gerade wenn Konflikte da sind, miteinander redet. Also Wandel durch Annäherung, das, was früher Egon Bahr mit Willy Brandt machte, noch mal neu zu versuchen aufzufrischen? Nee, Wandel durch Annäherung war ja was anderes. Wandel durch Annäherung war, dass man versucht hat, bestimmte Gemeinsamkeiten zu pflegen. Das war wirklich klassische Entspannungspolitik. Ein Konflikt eskaliert und dann muss man nicht weniger miteinander reden, sondern mehr miteinander reden. Wandel durch Annäherung sähe heute ja tatsächlich ganz anders aus, weil anders als in der Zeit des Kalten Krieges ja wir nicht mit Kapitalismus und real existierendem Sozialismus zu tun haben und entsprechenden unterschiedlichen Wirtschaftsformen und Lebensformen, sondern Russland ja auch eine Form von Kapitalismus hat, wenn auch einen anders strukturierten Kapitalismus als der Westen. Und auch, dass die, also es ist zwar kein demokratisches Land in unserem Sinne, aber es ist ein Land, in dem Wahlen stattfinden, was zur Zeit des real existierenden Sozialismus auch nicht der Fall war. Ich habe mir mal die Liste der Erstunterzeichnerinnen und Unterzeichner angeschaut. Das sind sehr viele prominente SPD-Mitglieder. Björn Engholm, Hertha Däubler-Gmelin, Renate Schmidt, Gernot Erler, Johannes Kahrs, Günther Verheugen, aber auch Gregor Gysi von den Linken. Es ist auch der EKD-Auslandsbischof Martin Schindehütte dabei. Wie breit ist diese Initiative aufgestellt? Wen umfasst sie noch? Also von der grundsätzlichen Bereitschaft, die Initiative gut zu heißen, war es tatsächlich sehr breit. Bereitschaft aktiv zu werden, bei teilweise älteren, teilweise viel beschäftigten Leuten, leider relativ gering, so dass der zentrale Punkt der Initiative dann die Webseite wurde und blieb, die ganz, ganz stark von Wolfgang Biermann, der ja bis zu Egon Bars Tod für Egon Bahr gearbeitet hat, auch als Rentner dann vorher im Willy-Brandt-Haus, also in der SPD-Parteizentrale, der Zuständige war für die Unterstützung von Egon Bahr. Also wird ganz stark von ihm getragen und wer uns relativ stark noch unterstützt hat, war Carsten Siehling, also die Bremer SPD, die Bremer Landesregierung zu der Zeit, wo er Bürgermeister war und das haben wir jetzt noch nicht auf den neuen Bürgermeister übertragen und es gibt auch eben einzelne Leute, die in der SPD weniger wichtige Funktionen haben, die sich uns verbunden fühlen und auch Leute, die aus der Friedensbewegung kommen, also zum Beispiel IPPNW, zum Beispiel... ICAN habe ich auch gesehen. Ja, ICAN. Daniel Elsberg aus den USA. Ja, der hatte uns mal ein Video-Statement zugeschickt. Es sind generell Unterstützer aus den USA da. Unsere Zuschauerinnen und Zuschauer Daniel Elsberg ist einer der prominentesten Vertreter der US-Friedensbewegung. Ja, das ist derjenige, der die Pentagon Papers im Vietnamkrieg öffentlich gemacht hat. Einer der weltweit prominentesten Whistleblower. Ja, ja, ja. Also der hat einen sehr, sehr langen Wikipedia-Eintrag, wo man sehr, sehr viele spannende Sachen drin lesen kann. Und er unterstützt auch neue Entspannungspolitik jetzt. Ja, aber eben auch mit den Möglichkeiten, die ein vielbeschäftigter älterer Mann hat. Also das heißt in einem geringen Umfang. Aber ich glaube, das Wichtige an neue Entspannungspolitik jetzt ist eben diese Plattform, die wir aufgebaut haben, im Internet auf der Webseite neueentspannungspolitik.berlin, wo eben alte und neue Materialien zu Entspannungspolitik und Abrüstung, Rüstungskontrolle bereitgestellt werden. Und eben auch Informationen über Entwicklungen, die aus unserer Sicht eben vom Geist der Entspannungspolitik geprägt sind. Also Initiativen, Entwicklungen und so weiter. Ich habe jetzt gerade in der jüngsten Vergangenheit gesehen, der Aufruf des Papstes ist drauf, der jetzt für eine Atomwaffenabschaffung generell plädiert hat, in einer eindringlichen Wirtschaft. Also wir haben mit der Initiative eben auch mit begleitet, klar, wenn man ICAN und IPPNW als Unterstützerorganisationen, die wirklich auch aktiv werden. Also Ärztin und Ärztinnen gegen Atomkrieg. Ja, und ICAN, Friedensnobelpreisträger von 2017, also die Organisation, die diesen Vertrag, der ja 2017 im Rahmen der Vereinten Nationen erarbeitet wurde und inzwischen von, ich glaube, gut 80 Staaten unterzeichnet und von 30 Staaten ratifiziert ist, eben gefördert haben. Und der wird jetzt inzwischen eben an vielen Stellen auch befürwortet. Es gibt also eine Städteinitiative von ICAN, wo Städte eben über ihre Parlamente oder Bundesländer, über ihre kommunalen beziehungsweise Landesparlamente eben die Unterstützung dieses Atomwaffenverbotsvertrags ausdrücken. Es gibt... Über die Bürgermeister für den Frieden, Mayers for Peace. Ja, Mayers for Peace auch. Aber gibt es eigentlich zwischen Deutschland und Russland Städtepartnerschaften, die man für eine solche Entspannung auch nutzen könnte? Also Städtepartnerschaften gibt es, wobei Atomwaffenverbot wahrscheinlich mit das schwierigste Thema wäre, was man da ansprechen kann. Also Russland ist einfach so stolz auf seine Rolle als eine der beiden großen Atommächte, dass man da völlig auf Granit beißen würde. Aber wenn man jetzt sagt, Entspannungspolitik hat ja ganz viele Facetten. Eine Facette ist, dass man miteinander redet. Und zwar eben nicht nur auf Ebene der Regierungen, sondern auch auf Ebene der Bevölkerung, der Zivilgesellschaft. Dann sind Städtepartnerschaften ganz wichtig, übrigens auch Schulpartnerschaften. Kennst du selber aus eigener Erfahrung welche, die gepflegt sind aus Deutschland mit Russland? Ja, eine ganze Reihe. Übrigens eben auch nicht nur mit Russland, sondern es gibt auch Städtepartnerschaften mit der Ukraine. Der Bezirk von Berlin, in dem ich wohne, hat eine Städtepartnerschaft zu einem Bezirk der ukrainischen Stadt Scharkiv. Und es gibt, glaube ich, über 90 Städtepartnerschaften nach Russland. Es gibt welche nach Belarus. Es gibt auch welche ins Baltikum. Insofern, die Städtepartnerschaften sind zum Teil noch unter Gorbatschow entstanden. Als es die Sowjetunion noch gab und sind dann praktisch mitvererbt worden. Und es gibt in Russland eine ganze Reihe Schulen, die tatsächlich Deutsch als erste Fremdsprache anbieten, in einer Qualität, wo die Absolventinnen und Absolventen dann Deutsch auf einem Niveau sprechen, wo sie nach Deutschland können. Und hier arbeiten könnten. Alle Sprachtests bestehen würden. Ich habe gesehen, die Initiative bietet in drei Sprachen die Texte an. In Englisch, in Deutsch und in Russisch. Wird es denn wahrgenommen, eurer deiner Wahrnehmung nach, auch gibt es Reaktionen bereits in den USA oder in Russland? Also USA ganz stark. Der Tag, dass wir eine englische Seite haben, dass wir US-amerikanische Unterstützer haben, liegt daran, dass Wolfgang Biermann 2016 mit Leuten, die er aus seiner politischen Arbeit kennt, zu tun hatte. Und die dann gesagt haben, Mensch, das ist wichtig, was du da machst. Wir hätten es gerne auf Englisch. Und dann wurde es auf Englisch veröffentlicht. Und dann schrieben die Leute Mails, wir wollen es auch unterstützen. Und dann haben wir gesagt, gut, aber wenn wir einen deutschen und einen englischen Aufruf haben, dann brauchen wir auch einen russischen. Und wir haben einen in der Initiative, der sehr gut Russisch spricht. Und der hat uns das dann ins Russische übersetzt. Und dann sieht man aber natürlich auch die Unterschiede. Es ist jetzt nicht so, dass aus Russland jetzt gleich viele Unterschriften kommen. Und wir haben auch nur die Texte auf Russisch eingestellt, die wir auch auf Russisch irgendwo gefunden haben. Also wir haben ganz, ganz wenig ins Russische übersetzt, außer dem Aufruf. Aber wir haben eben zum Teil bewusst auch abrüstungspolitisch interessante Texte von russischen Autoren, die es auf Russisch und Englisch gibt, dann eben auf Russisch und Englisch eingestellt. Und dann war eher das Deutsche das, wo wir es dann noch übersetzen mussten. Ich habe eine Broschüre, die ich selber auch auf meinen Veranstaltungen immer wieder verteile. Neue Entspannungspolitik jetzt. Ein Tagungsband, auf dem du selbst auch in der Mitte als eine der Podiumsteilnehmerinnen zu sehen bist. Wobei ging es bei dieser Tagung speziell? Was war euer Anliegen? Ich sehe noch Joe Leinen, Angelika Wilman und Roy McGovern, ein US-amerikanischer Friedensbewegter. Das war die Tagung, die wir gemeinsam mit dem Darmstädter Signal gemacht hatten. Also mit den kritischen Soldatinnen und Soldaten in der Bundeswehr. Und da ging es genau um diese Frage, welche Gesprächskanäle darf man unter keinen Umständen aufgeben und wie kann man die wieder rekonstruieren. Und weil eben für mich als Pazifistin immer ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber ein Teil von Abrüstung, Rüstungskontrolle eben nicht ohne das Militär gemacht werden kann. Und insofern wir froh und dankbar waren, dass das Darmstädter Signal sich für das Thema interessiert hat. Das sind kritische Soldaten, die sich auch seinerzeit gegen den NATO-Nachrüstungsbeschluss gewandt haben. Die Unterzeichnung des Vertrages, 87 war ja ein Durchbruch, wo wir gedacht haben, jetzt geht es in Richtung Ost-West-Entspannung. Der Break-Even ist erreicht. Ja und das nächste Bild zeigt uns, es ist wieder notwendig. Reden statt rüsten. Der INF-Vertrag retten. Ja, haben wir ja nicht geschafft. Es ist nicht geschafft worden. Das nächste, was ansteht, ist der New Start-Vertrag. Ja. Da geht es um Langstreckenraketen. Ja. Auch dieser Vertrag steht im Moment zur Disposition. Glaubst du, dass er noch zu retten ist? Also die Situation ist unterschiedlich. Der INF-Vertrag war ein Vertrag, der eben zwischen 87 und 90 dann dazu geführt hat, dass eine ganze Kategorie von damals besonders destabilisierten Systemen, nämlich von landgestützten Mittelstreckenraketen, wo man also dann von deutschem Boden aus Moskau und Leningrad erreichen konnte, von sowjetischem Boden aus eben die ganzen europäischen Hauptstädte, der damals eben über kurze Vorwarnzeiten besonders destabilisierend wirkte. Während der New Start-Vertrag die Nachfolge ist von einer ganzen Reihe von Verträgen, die damals SALT I, SALT II, START hießen, die immer zu tun hatten mit dem strategischen Gleichgewicht, also mit dem Gleichgewicht von nuklearen Waffensystemen, mit denen sich die Sowjetunion bzw. dann später Russland und die USA direkt gegenseitig bedrohen konnten, ohne dass jetzt irgendwie noch Stationierungsstaaten im Spiel waren. Und beim New Start-Vertrag ist es auch nicht so, dass der unbefristet abgeschlossen wurde und jetzt gekündigt wird oder gedroht wird zu kündigen, sondern der war von vornherein auf eine bestimmte Anzahl von Jahren abgeschlossen und hat eine Verlängerungsoption, die bis 2021, wo er sonst ausläuft, gezogen werden kann und dann wurde er um fünf Jahre verlängert. Während der INF-Vertrag, der hatte eben das, das war damals Best Practice, man hat dann daraus gelernt, dass man Verträge noch besser abschließen kann, der hatte eben ein Verifikationsregime für die Zeit, wo dann beide Seiten ihre landgestützten Mittelstreckenraketen, da ging es wirklich auch nur um Trägersysteme, nicht um Sprengköpfe oder so, um Trägersysteme, während die abgezogen und vernichtet wurden, in der Zeit war dann eine Verifikation vereinbart. Und dann hat man irgendwann gesagt, alles erledigt, also abgezogen ging ziemlich schnell und dann eben nachprüfbar zerstört, dauerte noch ein bisschen. Und dann hat man gesagt, okay, also jetzt, gut, es gibt den Vertrag noch, aber man braucht eigentlich keine regelmäßigen Inspektionen, Verifikationen oder sonst wie mehr. Das hat man bei einem anderen wichtigen Abrüstungsvertrag anders gemacht, einige Jahre später, nämlich beim Vertrag über das Verbot chemischer Waffen. Weil man da klarer im Bewusstsein hatte, wie nah das, was im zivilen Bereich produziert wird, wie nah das an Chemiewaffen dran ist. Also die Grundstoffe, aus denen man Chemiewaffen produzieren kann, die sind eben auch für zivile Güter wichtig. Und deswegen konnte man auch nie die Grundstoffe verbieten, sondern eben nur die daraus, also die Herstellung von Chemiewaffen. Und da hat man deswegen gesagt, wir brauchen ein Kontrollregime, das geht in alle Ewigkeit, also solange es Chemie gibt. Und von, also die Prüfung der Vernichtung der bestehenden Bestände, die ist nur der Anfang. Und gleichzeitig fangen wir dann schon an zu kontrollieren, dass eben in Chemiefabriken und in Forschungseinrichtungen nicht heimlich an der Entwicklung neuer Chemiewaffen gearbeitet wird oder neue Chemiewaffen produziert werden, also dass die Produktionszyklen plausibel sind mit zivilen Anwendungen. Auch Russland hat biologische und chemische komplett unterschrieben, also nicht zu vernichten. Wobei der B-Waffenvertrag wiederum noch älter ist, als der INF-Vertrag war und deswegen überhaupt kein Verifikationsregime hat. Und das ist beim B-Waffenvertrag das Problem. Aber der C-Waffenvertrag ist der jüngste und da hat man aus früheren Verträgen gelernt und hat also ein wirklich gutes Verifikationsregime aufgebaut. Und das fehlt eben beim INF-Vertrag. Und jetzt gab es praktisch ein US-amerikanisches System, nämlich das Raketenabwehrsystem, was in Polen und Rumänien stationiert wird, wo sie ein Bauteil verwendet haben, was eben theoretisch auch als Bauteil genutzt werden könnte, um Marschflugkörper über die kritische Reichweite für Mittelstrecken zu bringen und das eben auf Land stationiert ist. Und deswegen haben die Russen gesagt, das ist ein Verstoß gegen den Vertrag. Und dann haben die Amerikaner gesagt, nee, ist keiner. Und dann haben die Russen umgekehrt gesagt, naja, wenn die auf unseren Vorwurf nicht reagieren, dann fühlen wir uns auch nicht mehr an alle Regelungen gebunden. Und dann haben sie was getestet, wo sie gesagt haben, das hat aber nur 480 Kilometer Reichweite und ab 500 ist verboten. Und dann haben die Amerikaner gesagt, nein, in Wirklichkeit hat das über 500 Kilometer und ihr verletzt den Vertrag. Und wie das dann so ist, schaukelt man sich dann gegenseitig hoch. Und weil die letzten Inspektionen so lange her waren und weil inzwischen das Verhältnis zwischen den USA und Russland immer schlechter wurde, unter anderem über den Ukraine-Konflikt, hat dann keine Seite nachgegeben. Und dann haben beide versucht, eben mit Schuldzuweisungen zu arbeiten. Und dann gab es auch noch einen neuen US-amerikanischen Präsidenten, der von internationalen Verträgen gar nichts hält. Und da hat er gesagt, bevor ich mich jetzt hier weiter umstreite, kündige ich den. Der Ausgangspunkt, Raketenstationierung in Rumänien und in Polen. Warum eigentlich? Weil es wurde angeführt von NATO-Seite, die wären geeignet, zum Beispiel iranische Raketen, mittelsträngliche Raketen abzufangen. Aber Russland hat ja immer wieder gesagt, also wenn es euch darum geht, ich habe im Buch von Gabriel Kronischmalz Eiszeit gelesen, dass Russland sogar angeboten hat, auf einer eigenen Basis mit der NATO zusammen das zu machen. Warum hat die NATO nicht zugegriffen und hat stattdessen Russland damit ein Stück provoziert? Weil es natürlich NATO-Mitgliedsstaaten gibt, die früher zum Warschauer Pakt gehörten und deren Vertrauen in Russland nach wie vor sehr gering ist. Und die NATO braucht immer einen Konsens. Und insofern konnte das russische Angebot nicht gegen die Stimmen der ehemaligen Warschauer Paktstaaten, die jetzt in der NATO sind, angenommen werden. Die USA hatten eine ganz starke Tendenz, seit Anfang der 90er Jahre zu sagen, wir brauchen niemanden auf der Welt, der nicht zu unseren Verbündeten gehört, noch um irgendwas zu fragen. Also war da auch eine Tendenz da und die, die es vielleicht angenommen hätten, konnten sich dann eben nicht durchsetzen in der NATO. Und dann haben wir noch mal eine Chance gesehen, als der Vertrag mit dem Iran abgeschlossen wurde, der JCPOA, also der Vertrag, der als Nuklearvertrag mit dem Iran in der Presse genannt wird, wo es darum ging, dass eben das Nuklearprogramm des Iran so überprüft und so zurückgefahren wird, dass klar ist, es kann nicht kurzfristig militärischen Zwecken dienen, also nicht in der Entwicklung einer funktionsfähigen Atomwaffe münden. Und dieses Raketenabwehrsystem wurde der NATO von den USA schmackhaft gemacht, zu einem Zeitpunkt, wo nicht absehbar war, dass es so einen Vertrag mit dem Iran geben könnte. Also die Verhandlungen haben insgesamt, glaube ich, zwölf Jahre gedauert noch und waren zeitweise immer wieder völlig zum Erliegen gekommen. Und dann war das so dieses Parallel. Und dann, dass der Iran zumindest weiß, er kann nicht dann auch noch mit Mittelstreckenraketen Europa bedrohen. Und dann kam aber eben, dann hat man darauf nicht reagiert, dass man dann gesagt hat, eigentlich ist der Iran ja gar keine Bedrohung mehr, wenn klar ist, die haben einen Vertrag unterschrieben, mit dem sie sich auf absehbare Zeit keine Atomwaffen beschaffen können. Ich möchte gerne mal zurück auf neue Entspannungspolitik jetzt. Wenn ich die nächste Folien nochmal aufrufe, da ist zu sehen, Bahn kooperiert mit Bundeswehr, Friedensbewegung ist entsetzt. Ein Artikel aus Publikforum Anfang des Jahres, dass 3.300 Radfahrzeuge, 150 Kettenfahrzeuge, sprich Panzer, 1.500 Anhänger, 1.400 Container und 10.000 Soldaten der Bundeswehr an die russische Grenze transportiert werden. Es gibt bereits jetzt Pressemeldungen, dass im Frühjahr 2020 die NATO eines der größten Manöver in Europa seit Ende des Kalten Krieges mit 37.000 Soldaten und Soldatinnen aus 16 Staaten sowie aus Finnland und Georgien plant. Sind das nicht alles Dinge, die eigentlich jetzt auch der Initiative Neue Entspannungspolitik jetzt eine Riesenaufgabe stellen, zu sagen, also abgesehen vom ökologischen Faktor, was es heißt, 37.000 Soldaten hier mal über den Teich zu fliegen. Wie kann man raus aus dieser Art von Eskalationsspirale? Also das ist ja ein anderer Baustein dieser Eskalationsspirale, dass eben seit der Annexion der Krim durch Russland und seit dem Einmischen Russlands in der Ostukraine einschließlich militärischer Unterstützung zumindest zeitweise für die Separatisten dort eben die Bedrohungsängste insbesondere in den baltischen Staaten und in Polen stark gestiegen sind, teilweise auch in Rumänien und ja auch nicht ganz unberechtigt. Weil in der Zeit, wo das der Ukraine-Konflikt eben so schnell eskaliert ist, dass man gar nicht so schnell zuschauen konnte, wie er immer stärker eskaliert ist, einige Wochen lang, gab es ja auch in Russland laute Stimmen, die gesagt haben, also eigentlich müsste Russland versuchen, alle Gebiete wieder unter Kontrolle zu kriegen, in denen russischsprachige Menschen leben. Und da haben also dann nicht nur die baltischen Staaten, vor allem die beiden mit namhaften russischsprachigen Minderheiten, nämlich Estland und Lettland, sondern auch in Kasachstan, wo also an der Grenze zu Russland überwiegend russischsprachige Menschen leben, wurde die Frage aufgeworfen, ob das jetzt hieße, dass Russland eben auch auf Teile von Kasachstan Anspruch erhebt. Und bei der Ukraine wurde es eben zeitweise so getan, als käme man da eigentlich seinen eigenen Landsleuten zu Hilfe, obwohl das ja russischsprachige Ukrainer waren, die auch größtenteils immer gesagt haben, sie hätten kein Problem damit, dass sie die ukrainische und nicht die russische Staatsangehörigkeit haben. Und in diesem Kontext war eben jetzt die Idee von den Manövern jetzt im NATO-Bereich zu sagen, wir führen Manöver durch in den Staaten des ehemaligen Warschauer Paktes, um eben die Regierungen und die Menschen dort zu beruhigen, dass eben die Verteidigungsgarantie der NATO auch für sie gilt. Aber dann hat man eben immer, das ist der beabsichtigte Effekt, und dann hat man immer den unbeabsichtigten Effekt, dass nämlich ein Manöver in Grenznähe, das Problem hatten wir ja im Kalten Krieg auch, mit noch viel höherem Eskalationspotenzial damals, Manöver in Grenznähe bedeuten immer, dass die auf der anderen Seite sagen, aha, die sagen zwar, das Manöver ist zur Verteidigung, aber die würden ja genauso Panzer und Soldaten und Flugzeuge und sowas schicken, wenn sie angreifen wollten, also machen wir jetzt dann auch Manöver in Grenznähe. Und damit schaukelt sich das dann hoch und zum Glück haben wir aber noch eben über die OSZE, die also wirklich eine segensreiche Institution ist, auch wenn sie viel zu wenig Ressourcen hat, haben wir über die OSZE ja Absprachen, die wir im Kalten Krieg nicht hatten, über gegenseitige Manöverbeobachtungen. Zur OSZE nochmal, wenn wir uns diese NATO-Osterweiterung nochmal anschauen, man sieht hier grün all die Staaten, die inzwischen NATO-Staaten sind und eben im Baltikum bis Estland-Lettland auch direkt an die russische Grenze starten, die 2004 dazugekommen sind. Es hat ja über die OSZE auch durchaus über die Frage der russischen Minderheiten in diesen Staaten über zehn Jahre Verhandlungen gegeben, wo man auch zu Ergebnissen gekommen ist. Heißt das nicht, sobald die NATO dort auftritt, gab es gar keine Notwendigkeit mehr für Kompromisse, weil jetzt klar war, über den Beistandspakt haben diese kleinen Baltikum-Staaten so das Rückgrat aus Washington und auch der NATO insgesamt gehabt, dass sie gar keine Kompromisse mehr machen brauchten. Oder zugespitzt gefragt, ist die NATO-Aufnahme nicht eher ein Konflikt verschärfender Faktor gewesen, wenn man, weil ich, meines Dafürhaltens haben danach die Verhandlungen auch ein Stück weit Abbruch erlitten. Ja, aber in den 14 Jahren oder 13 Jahren seit dem Ende der Sowjetunion 1991 hat ja auch die EU eine ganz wichtige Rolle gespielt und der Europarat, also die in Europarat sind ja alle europäischen Staaten des ehemaligen Warschauer Paktes und die europäischen Folgestaaten der Sowjetunion aufgenommen worden mit der Ausnahme von Belarus. Das liegt daran, dass es ein Kriterium gibt, nämlich zumindest Aussetzung der Todesstrafe, was Belarus nicht bereit ist zu erfüllen. Also Weißrussland. Weißrussland, ja, und der ganze Balkan gehört dazu und die Türkei und Menschenrechtsthemen sind stark im Europarat verhandelt worden und auch die Beratung der osteuropäischen Staaten, wie man mit nationalen Minderheiten umgeht, wie man mit sprachlichen Minderheiten umgeht und so hingen ganz stark am Europarat, aber auch an der EU. Denn alle EU-Staaten sind auch Europaratsstaaten und die Frage des Umgangs mit der russischsprachigen Minderheit in den baltischen Staaten war eigentlich stärker dann Thema, was Bedingungen für die EU-Aufnahme wurde als Bedingungen für die NATO-Aufnahme. Der NATO ist es, auch wenn sie sich inzwischen als Wertegemeinschaft definiert, eher egal, wie ein NATO-Mitgliedsstaat mit sprachlichen Minderheiten umgeht, um es mal so zu formulieren. Während die EU da tatsächlich sehr viel stärker Werte orientiert ist und der Europarat mit der Europäischen Grundrechte-Karte ohnehin. Und man gerade auch in der Türkei in Kurdistan sieht, wie im Ein-NATO-Staat ja völlig amok läuft im Moment in Syrien. Und während eben die Türkei im Europarat da zumindest immer mal wieder eben für kritisiert wird, aber in der NATO jedenfalls ist nicht öffentlich. Ich würde gerne auch noch mal in diese Karte über die Frage Was wird aus der Ostukraine? Die Frage ist ja, es gab so viel Zerstörung, man sieht hier in Prozenten wie viel Prozent jeweils russigsprachig ist. Ja, da habe ich auch einiges dazugelernt. Also, in der Ukraine gibt es den witzigen Effekt, dass in Umfragen, die ich gesehen habe, wenn man die Leute fragt, ob sie Ukrainisch als Muttersprache haben, ob sie Russisch als Muttersprache haben, die Gesamtsumme über 100 Prozent ist. Das heißt, es gibt eine ganze Menge Ukrainer, die das Gefühl haben, dass sie von Kindheit an Doppelsprachler sind. Und ich habe das auch selber gemerkt, als ich als Wahlbeobachterin 2014 bei der Präsidentenwahl in der Ukraine war, in Kiew, haben die Leute flüssig hin und her gewechselt zwischen Russisch, was ich verstehe, weswegen ich es dann erkannt habe, und Ukrainisch, was ich nicht verstehe, weil es gerade so weit vom Russischen Weg ist, dass man es zumindest als jemand, der russisch mühsam als Schülerin und Erwachsene gelernt hat, nicht gut versteht. Und ich kenne auch selber jemanden, der aus der Ukraine stammt, der inzwischen in Berlin lebt und der voll doppelsprachig aufgewachsen ist, in Adessa. Sodass also diese Zahlen immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen sind. Wenn man ganz genau die Leute fragt, dann gibt es viele in der Ukraine, die in der Familie eine andere Sprache sprechen als in der Öffentlichkeit. Das heißt, Russisch ist für viele die Berufssprache, auch wenn die Familiensprache ukrainisch ist. Und das ist, glaube ich, ein bisschen so, wie das bei uns auch bei den sehr starken Dialekten im Deutschen ist. Wenn du drei Wünsche für die Ost-Ukraine und die Lösung des Konfliktes zwischen Separatisten und Russland frei hättest, als Beraterin der Initiative Neue Entspannungspolitik, was wären die drei wichtigsten Punkte, die jetzt passieren müssten? Also einmal die Entflechtung, weil im Gebiet der roten Linie, also da in diesem Korridor, den sie festgelegt haben, der entwaffnet werden soll, da wohnen Menschen, da gehen Kinder zur Schule, da versuchen Menschen an den offiziellen Übergängen über die Grenze zu kommen, weil eben sie auf der einen Seite, also Rückzug der schweren Waffen, eine echte, eine echte demilitarisierte Zone, dann verbesserte Übergänge für die Menschen, weil es nach wie vor Menschen gibt, die auf der einen Seite wohnen, auf der anderen Seite arbeiten, auf der einen Seite wohnen, auf der anderen Seite ihre Rente abholen müssen oder schlicht und einfach Familien, die getrennt sind, also das wäre die zweite Forderung, mehr Übergänge für die Menschen, die da leben und die eben unter dieser neuen Grenze leiden. Und das dritte wäre eine ganz massive Förderung der Zusammenarbeit zwischen den technisch Verantwortlichen auf beiden Seiten für Wasser, Wasser, Strom, Landwirtschaftliche, also für die Dinge des täglichen Lebens, denn das sind, also die, wenn man sich da anguckt, wie Wasserleitungen verlaufen, wie Kanäle verlaufen, aus denen dann Trinkwasser eben für Städte geholt wird oder die Flüsse, aus denen dann Uferfiltrat genommen wird oder so, das ist so miteinander verwoben, das kann man nicht trennen. Das heißt, man hat eine ähnliche Situation, wie man in Deutschland hatte, als Bundesrepublik und DDR getrennt wurden, man musste an bestimmten Stellen weiterhin zusammenarbeiten, auch und gerade hier in Berlin, weil eben die Leitungen, Abwasser auch, Wasser, Abwasser und so, einfach gar nicht echt halbiert werden konnten. Man kann noch am ehesten die Stromsysteme auseinander sammeln, aber Wasser, natürliche Wasserressourcen, die hängen von Geografie und Meteorologie und sonst was ab, die kann man nicht mit menschlichen Grenzen voll auseinander sortieren. Wir sind bei Ressourcen, wir sehen hier die Nord Stream 2 Pipeline. Welche Bedeutung hat Nord Stream 2 für den Ost-West-Konflikt und auch für eine Entspannung? Weil die Grundlage ist ja, Deutschland, Russland haben einen Vertrag, möchten diese Pipeline bauen, die ist ja schon fast fertig oder in weiten Teilen fertig, aber vor allem auch aus osteuropäischen Staaten, die damit umgangen werden und natürlich aus Washington kommt Störfeuer. Wie wichtig ist diese Pipeline, insbesondere jetzt für den Ost-West-Konflikt? Also man muss jetzt zunächst mal sagen, dass das Störfeuer natürlich zwei unterschiedliche Gründe hat, weil die USA wollen ihr Fracking-Gas als Flüssiggas an möglichst viele Staaten verkaufen und tun sie an Polen zum Beispiel und nehmen das im Augenblick als Vorwand, während die osteuropäischen Staaten ein Interesse an den Transitgebühren haben. Also sowohl Polen als auch die Ukraine erhalten für die Gaspipelines, die es schon gibt, die russisches Gas nach Zentral- und Westeuropa bringen, erhebliche Transitgebühren und das ist eine Staatseinnahme und kein Staat möchte auf eine Staatseinnahme verzichten. Jetzt gibt es ja schon North Stream 1, das heißt, ein Teil des russischen Gases, was nach Mitteleuropa geht, kommt schon direkt und der Vorteil ist jetzt wiederum aus deutscher Sicht oder auch aus westeuropäischer Sicht, dass es einmal möglicherweise ein bisschen preiswerter ist und dass bei eventuellen Querelen zwischen Russland und der Ukraine um eben Transitgebühren, um Instandhaltung der Pipeline und Ähnliches, man eben noch einen dritten Weg hat. Man muss aber aufpassen, einmal generell natürlich, wenn wir von fossilen Energien weg wollen, können wir nicht sagen, wir steigern den Gastransport von Russland nach Mittel- und Westeuropa immer weiter, weil auch Gas ist ein fossiler Energieträger, zwar nicht so klimaschädlich wie Kohle, aber es ist keine regenerative Energie. Und das Zweite ist, wie abhängig macht man sich insgesamt von russischem Gas, wobei da die Angst eben der Polen und der Ukraine größer ist oder auch der baltischen Staaten, dass Russland Gas als Druckmittel einsetzt. Wir haben hier in Deutschland die Erfahrung, dass eben in den Hochzeiten des Kalten Krieges russisches Erdgas immer zuverlässig in Deutschland ankam und damit es also nie versucht wurde, als Druckmittel einzusetzen. Und insofern ist das, glaube ich, was, wo man aus der Entspannungspolitik lernen kann, dass man eben Ängste ernst nehmen muss. Also Willy Brandt hat, obwohl es nahegelegen hätte, den Warschauer Pakt als einen Block zu nehmen, weil ja zumindest von den Regierungen her alle mit einer Stimme sprachen, der gesagt hat, also man muss die Interessen der kleineren Warschauer Paktstaaten immer mit im Blick haben. Entspannungspolitik heißt, sich in die Position, jedes, der am Tisch sitzt, hineinzuversetzen und zu gucken, was hat der für spezielle Interessen. Und in Polen war eben etwa die Frage der polnischen Westgrenze. Das war für die Polen relevant und für die Sowjetunion zum Beispiel nicht. oder eben auch in den ganzen KSZE-Verhandlungen und so. Die Frage von sprachlichen und ethnischen Minderheiten wurde natürlich in den baltischen Staaten anders gesehen als in großen Teilen der russischen Sowjetrepublik. So, also dieses immer den Gesichtspunkt der anderen mitzusehen. Und man kann ja jetzt zum Beispiel auch, wenn man sich jetzt mal einmal in die polnische Situation versetzt, also einmal dies, es gab mal eine Teilung Polens zwischen dem damaligen, ja, also Hitler-Stalin-Pakt oder eben auch die noch ältere polnische Teilung, wo sie immer das Gefühl hatten, also die Deutschen verfolgen eher Eigeninteressen, die Russen ohnehin. Also diese Angst davor, dass Russen und Deutschen, wenn sie eben Polen umgehen, eben dann irgendwann sich wieder von ihren Eigeninteressen bestimmen lassen und eben nicht mehr die Grundsätze der Entspannungspolitik gelten, wo man eben auch fair die Interessen der dazwischen liegenden Staaten sich anguckt. Das ist ja eine historisch begründete Angst. Also muss man einmal sagen, okay, wir nehmen diese Angst ernst und dann muss man überlegen, was muss man an belastbaren Zusicherungen machen, damit man diese Angst zerstreuen kann. Man kann nicht einfach sagen, das war alles Geschichte, sondern da muss man dann wirklich sagen, wir nehmen das ernst und das muss auch Konsequenzen haben, dass wir das ernst nehmen. Und ähnlich bei der Ukraine. Ich meine, die Ukraine ist einer der heutigen Staaten, die als Sowjetrepublik ganz extrem unter einer deutschen Besatzung gelitten haben. Unter Eroberung, Besatzung, es gab Vernichtungslager, es gab alle Formen von Kriegsverbrechen, die Deutsche da verübt haben. Also kann man nicht einfach den Ukrainern erzählen, naja, das ist lange her und die Deutschen wollen euch nie mehr in der Geschichte was Böses wollen, sondern da muss man zumindest dann mal sagen, wir verstehen das, dass ihr eben auch von uns irgendwo eine Zusicherung wollt, dass wir jetzt nicht wieder über eure Köpfe hinweg oder vielleicht sogar gegen euch agieren. Das Gleiche gilt aber doch auch gegenüber Russland. Natürlich. Allergrößten Blutzoll überhaupt aller Völker des Zweiten Weltkrieges getan hat. Und wenn wir uns das nochmal anschauen, auf 21, wo man sieht, die NATO-Ausgaben 2017 waren 15 Mal größer als die Russlands. Und wo jetzt am 30. Jahrestag des deutschen Mauerfalls Frau Ursula von der Leyen eine Rede hält und darin der NATO dankt aber nicht Gorbatschow und nicht Russland. Obwohl Russland 400.000 Soldaten aus der DDR abgezogen hat, 100.000 aus den übrigen. Es ist für mich völlig unverständlich, auch diese Wahrnehmung nicht mehr zu sehen, in die Schuhe des Anderen zu steigen. Die heutige Sowjetunion hatte noch halb so viel, oder die Sowjetunion hatte doppelt so viele Einwohner wie das heutige Russland. Von den 20 größten Häfen, schreibt Gabriel Gronischmalz, sind heute 17 im Ausland noch, drei bei Russland. Das nicht wahrzunehmen, würde doch auch heißen, neue Entspannungspolitik jetzt den Blick noch mal zu weiten und zu sagen, wir nehmen wahr, was da schiefgelaufen ist und sagen, wir können nicht einfach diese kalte Kriegsgrenze zwischen den beiden deutschen Staaten jetzt ein paar hundert Kilometer an die russisch-polnische Grenzen verlegen. Naja, das können wir nicht. Das ist richtig. Also zunächst mal zur Union. Die Entspannungspolitik war immer in Deutschland von den Sozialdemokraten geprägt, nicht von der Union. Und es gibt ganz, ganz wenige Unionspolitiker, die sich auf die Grundideen der Entspannungspolitik bereit waren oder sind einzulassen. Es gibt einzelne, aber es sind sehr wenige. Und insofern ist Frau von der Leyen einfach typisch für eine Partei, die eher in Feindbildern als in entspannungspolitischen Kategorien denkt. Nochmal zurück zu North Stream. Bei North Stream ist, das ist ja eine Win-Win-Situation zwischen Russland und Deutschland. Insofern spielt da die Historie auch nicht so eine Rolle. Denn das gab es ja dann auch schon im Kalten Krieg, also mit dem Erdgasröhrengeschäft. Mit der Sowjetunion. Also da müssen wir eher eben auf die gucken, die jetzt sagen, ihr habt ein Win-Win-Geschäft gemacht und wir drohen zu verlieren. Wenn man jetzt auf die Frage geht, Russland verglichen mit der Sowjetunion, das ist richtig. Wir haben eben nicht mehr die Situation des Kalten Krieges, wo sich zwei Machtblöcke gegenüberstanden, die praktisch stärker waren als alle anderen auf der Welt, die, wenn man so ganz grob abschätzt, dann auch eben sich gegenseitig gründlich hätten zerstören können, in dem Sinne gleich stark waren. Das gab dann immer Leute, die haben dann irgendwas nachgezählt und haben gesagt, die einen haben aber mehr Panzer und die anderen haben aber mehr moderne Flugzeuge und die einen haben das mehr und die anderen das mehr. Aber es war irgendwo von zumindest den militärischen Kapazitäten, nicht von der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit, aber von militärischen Kapazitäten vergleichbar. So und heute haben wir eine Situation, also man kann jetzt natürlich bei den Militärausgaben zwischen NATO und Russland noch argumentieren, dass da sehr viel Geld drin ist, was die USA für Dinge ausgeben, die nichts mit Russland zu tun haben und die Russland auch in dem Sinn nicht direkt als bedrohlich ansieht, bis hin eben zu den immensen Folgekosten der Kriege in Afghanistan und im Irak mit Versorgung von Veteranen, mit das zählt ja alles in Militärausgaben ein. Und eben der zweitstärkste Militärmacht in Zahlen ist ja inzwischen, wenn man jetzt die Atomwaffen mal außen vor lässt, ist ja China und da haben wir eben jetzt inzwischen eben eher ein Dreieckssystem und das ist immer das Problem. Dreieck ist in so einer Situation weniger stabil als bilateral, weil eben immer zwei Seiten, also eine Seite Angst hat, die beiden anderen könnten sich zusammentun gegen sie noch und das befeuert also Rüstungswettläufe noch stärker, aber ein guter Teil eben der US-amerikanischen Militärausgaben werden im Pazifik nicht gegen Russland, sondern gegen China investiert. Insofern muss man da ein bisschen aufpassen, aber selbst wenn man sich jetzt anguckt, die russischen Militärausgaben und die Militärausgaben der europäischen NATO-Staaten und wenn man da noch einbezieht, dass Soldaten in Russland wesentlich weniger Geld kriegen als in England, Frankreich, Deutschland oder Italien, muss man da eigentlich keine Sorge haben, dass jetzt Russland die absolute Übermacht ist. Solange man nicht jetzt behauptet, weil die Atomwaffen haben, sind sie auf jeden Fall stärker als alle anderen. Wir kommen zum Ende unseres Interviews. Wir sind auf dem Weg in eine multipolare Welt und das Ost-West-Konflikt-Potenzial ist wieder groß. Du sagtest, dass die Abrüstung eine Domäne war von der SPD. Es gibt einen CDU-Politiker, Kanzleramtsberater Horst Teltschik, der ein sehr lesenswertes Buch geschrieben hat, Rosisch Roulette, in dem er vehement dafür plädiert, ähnlich wie die Initiative Neue Entspannungspolitik. Er ist auch übrigens unterstützter und Mitglied in dieser von SPD-Lern ursprünglich auf den Weg gebrachten Initiative und eines der Mitglieder der CDU mit großem Profil, der sagt, so kann es nicht weitergehen. Wir laufen sonst in einen neuen Krieg hinein. Dieses Buch möchte ich empfehlen. Wir haben es auch schon einmal hier besprochen und zum Schluss noch Michael Gorbatschow kommt endlich zur Vernunft, nie wieder Krieg. Mein Kollege Franz Alt hat das Buch mit ihm geschrieben. Ich danke dir für die Vorstellung dieser Initiative. Neue Initiative Entspannungspolitik jetzt. Gehen Sie auf die Homepage, nehmen Sie die dortigen Artikel wahr. Abrüsten statt aufrüsten. Die Kampagne Atomwaffen frei jetzt. Das sind alles Dinge, die man auch auf der Homepage von Neue Initiative Entspannungspolitik jetzt findet. Ich freue mich, dass es dieses Hoffnungszeichen gibt, eine Stimme der Vernunft, die hoffentlich gehört wird und die noch viele Früchte trägt. Danke, dass du diese Initiative berätst und danke, dass du heute gekommen bist. Vielen Dank, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, dass Sie wieder dabei waren und ich freue mich auch, wenn Sie beim nächsten Mal wieder einschalten, wenn es heißt Friedensfragen mit Clemens Ronnefeld.